Hallo liebe Tabakfreunde hier auf YouTube. Ich hatte heute gerade Lust, ein Pfeifchen zu entzünden und ein Tätzchen Kaffee zu trinken. Und was habe ich mir in die Pfeife gepackt? Gerd Janssens Pfeifendepot TM Nummer 37. Vielen vielleicht auch bekannt unter My Own Blend Curly Nummer 44. Der Tabak besteht aus Virginia und Cavendish und hat einfach eine schöne Süße ohne Schärfe. Es ist einfach herrlich, denn dieser Tabak nimmt perfekt Feuer an und entwickelt an dem Gaumen einen wunderschönen Rauch. In dieser 100 Gramm-Dose sind jetzt noch gefühlt 50 Gramm, denn diesen Tabak kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit rauchen. Mir schmeckte bisher am besten mittags nach dem Essen. So als kleiner Nachtisch, ohne großes Aroma, einfach nur schöner Tabak, der einfach Spaß macht. Weil das Tabaksbild mit den Curly-Einsprängseln ist einfach nur herrlich. Aber schaut euch das Tabaksbild doch einfach mal selbst an. Ja, Curly-Eins sind aktuell meine echt favorisierten Tabake. Ist dieses Tabaksbild nicht einfach herrlich? Sehr ansprechend. Und es macht Lust, sich darauf eine Pfeife zu stoppen. Ich rauche auch bei warmem Wetter Pfeife. Aber am liebsten dann Aromaten oder was naturbelastet. Meine Empfehlung für die heißen Tage. Gerd Janssens Pfeifende Pro TM Nr. 37 Jetzt genießt eure Pfeifen und vergesst nicht zu trinken, denn das warme Wetter verlangt unseren Körpern schon einiges ab. Ich wünsche euch jetzt das Allerbeste und sage, I spread my wings and fly, euer Eagle Pipe.